Ludwig? Ja, hier ist Ihr Nachbar. Beziehungsweise bin ich aus beruflichen Gründen drei Tage in der Woche Ihr Nachbar. Wir sind uns sicher auch schon mal über den Weg gelaufen, aber das ist jetzt wurscht. Passen Sie auf. Klauen Sie mir noch einmal die Zeitung morgens. Gehe ich zur Polizei. Ist das klar angekommen? Ich kann bloß lachen. Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Ich wiederhole es noch einmal. Klauen Sie mir noch einmal die Zeitung, bin ich eine halbe Stunde später bei der Polizei. Ja, ich habe nur meine eigene Zeitung. Ich klaue keine. Es reicht wohl langsam. Geben Sie es einfach zu. Ich lege auf. Ich habe damit nichts zu tun. Geil. Ich hatte gestern bei Ihnen mehrfach geklingelt, aber es hat keiner aufgemacht. Ihr Nachbar musste mir deswegen Ihre Nummer geben. Wie geil es war doch gerade, Frau. Aber ich habe doch gar nicht geklaut. Ha, und klare, bitte gib auf Ihnen noch mal aufgeregt, wenn. Und dann können Sie es auch gegenüber Ihrer Nummer aufheizen. gr pequeño im Kabbalứ Mälder bei Ihnen viele können Sie nicht Drops